Ich heiße Mariana Alonso, ich bin Spezialistin in Ernährungswissenschaften und wir werden heute eine Auswahl treffen von tollen For Life Produkten. Wir werden über die Eigenschaften von BCV sprechen und von NGGO Sticks und von Recall sprechen. Jeder, je nach Alter, seiner persönlichen Umständen und seiner beruflichen Umständen, natürlich haben wir unterschiedliche Umstände, unterschiedliche Merkmale und wir wissen, dass wir uns da auch nach unserem Alter richten müssen. Die Ernährung ist wichtig, die körperliche Betätigung ist zu berücksichtigen und natürlich sollten wir auch die Ernährungsergänzungsstoffe anpassen, die wir einnehmen, je nach Alter oder unserer Arbeit oder dem Ziel, das wir erreichen möchten. Und dann entscheiden wir uns für den einen oder anderen Ergänzungsstoff. Nun möchten wir über Ernährungsergänzungsstoffe sprechen, je nach Ziel. Wir haben Ernährungsergänzungsstoffe, die zielgerichtet sind für punktuelle Zeitpunkte, Momente, wo man bestimmte Ziele erreichen möchte. Und dann gibt es auch Ernährungsergänzungsstoffe zur Vorbeugung. Durch diese Stoffe versuche ich, langfristige Ziele zu erreichen und das erfolgt ja durch Planung. Das ist also vorausschauende Planung. Und es gibt also viele zielgerichtete Ergänzungsstoffe, diese beiden Produkte wie Recall und auch Energy Go. Sticks sind hier angesagt. Sie sind zielgerichtete Produkte, die man einsetzt für kurzfristige Ziele in Echtzeit. Dafür ist Energy Go geeinigt. Da haben wir also zwei Geschmacksrichtungen. Einmal den eher grünen Geschmack, den, der an rote Beeren erinnert. Das ist eher gedacht für Situationen, wo wir uns stark konzentrieren müssen, wo wir besonders viel Energie brauchen. Und das ist also das Ziel, dass diese Stoffe anstreben. Da gibt es verschiedene Formate. Wir haben Kapseln, wir haben auch Pulver, was man auflösen kann. Energy Go gehört zu diesen Ergänzungsstoffen, die man auflöst. Und das Getränk hat also diesen großen Vorteil, dass man das immer vorbereiten kann, wenn man es gerade braucht. Und dass man es auch mit anderen teilen kann. Man kann andere das Produkt probieren lassen. Und dann, wenn man zum Beispiel eine Reise geplant hat, kann man dieses Produkt einnehmen, wenn man einen Plus an Energie braucht, Extraenergie braucht. Wir haben also die Möglichkeit, dieses Produkt mit anderen Menschen zu steilen, die dann auch diese gute Erfahrung machen können mit uns zusammen. Und außerdem ist das ein Getränk, was wenig Kalorien hat. Also das ist auch ein Pluspunkt. Das ist eine positive Eigenschaft bei einem Getränk. Und dann hat es auch keine Kohlensäure. Viele Menschen mögen keine Kohlensäure. Oder die Kohlensäure bekommt ihnen nicht gut. Und was also die Inhaltsstoffe betrifft, gibt es hier also eine kleine Zusammenfassung. Auf dem Beipackzettel, das ist auch auf unserer Webseite, zu jedem Produkt vorhanden. Und das können wir also Kunden anbieten. Und das ist auch eine große Hilfe, wenn man also hier sämtliche Informationen zusammen hat. Und dann können wir hier auch besonders hervorheben, dass diese Pflanzenextrakte, also da haben wir also Aminosäuren auch. Und hier gibt es also zwei große Gruppen von Inhaltsstoffen. Einmal die pflanzlichen Extrakte, die also zielgerichtet sind. Da haben wir Guarana, das verfolgt das Ziel, also besondere Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und dann haben wir also durch Guarana dieses Ziel gerichtete Wirkungen. Und dann auch wirken wir auch ein auf den Fettstoffwechsel. Die Fette geben uns Energie. Dann gibt es also Stoffe wie Guarana und Yerbamate, die uns helfen, dass also der Stoffwechsel diese Energie nutzt. Und das ist sehr hilfreich, wenn wir also besonders viel Energie brauchen. Ein Plus an körperlicher Energie, denn die helfen uns die Fette. Sie geben uns Energie. Diese Inhaltsstoffe sind uns also hilfreich beim Fettstoffwechsel. Sie helfen uns, die Energie aus den Ernährungsstoffen zu extrahieren, die wir zu uns nehmen. Und der Fettstoffwechsel hilft uns also hier dabei. Und warum ist das so? Wenn wir mehr Fette zur Verfügung haben, also wir müssen praktisch hier wie Spione am Werk sein und schauen, wo die Energie zur Verfügung kommt. Also wir wären müde, wenn wir nicht genug Nährstoffe haben. Deshalb ist es auch wichtig, hier zum Beispiel, auch wenn wir Sport treiben möchten, dass wir also dann auch länger Energie zur Verfügung haben und eine gute Leistung erbringen. Yerbamate zusammen Guarana und mit grünem Tee helfen uns, dieses Ziel zu erreichen im Bereich der Konzentration, der Aufmerksamkeit, wenn man sich stark konzentrieren muss, zum Beispiel auf eine Prüfung, auf ein Meeting, bei der Arbeit, auf eine Arbeit, wo man also hundertprozentig sich konzentrieren muss mit aller Kraft. Und diese Inhaltsstoffe helfen uns also auch in diesem Sinne. Und außerdem gibt es weitere Inhaltsstoffe, also Aminosäuren wie Taurin, L-Glutamin, L-Arginin. Auch diese Inhaltsstoffe verfolgen diese Ziele. Und dann natürlich wird das Immunsystem gestärkt durch die 4-Life-Transfer-Factor-Formel. Das ist dieses Extra, was uns hier geboten wird, wenn wir also besonders stark gefordert sind, das Immunsystem muss auch hundertprozentig einsatzfähig sein. Und zusammen mit den vorherigen Inhaltsstoffen wirkt diese Transfer-Factor-Formel. Und dann... Wann können wir dieses Produkt einnehmen? Es gibt sehr viele Gelegenheiten, und zwar immer mehr Gelegenheiten, bei unserem doch recht stressigen Leben, was wir heutzutage führen, wenn wir uns besonders konzentrieren müssen. Das ist also ein zielgerechtes Produkt, was wir hier einnehmen können, wenn wir einen Plus an Energie brauchen, zum Beispiel, wenn wir einen physischen Test machen möchten. Es gibt ja gewisse Berufe, wo die körperliche Kondition besonders wichtig ist. Oder im Rahmen unserer Arbeit, zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute. Es gibt sehr viele Arbeiten, wo wir körperlich sehr gut in Form sein müssen und uns gut fühlen müssen. Oder wenn wir uns besonders konzentrieren müssen. Manchmal haben wir eine Prüfung vor uns. Vor allen Dingen an die jüngeren Menschen, denke ich hier, oder auch an ältere Menschen. Wenn man zum Beispiel eine Masterprüfung macht, oder zielgerichtete Lehrgänge, dann ist es auch angesagt, dieses Produkt einzunehmen. Und immer sollten wir darauf achten, dass wir das Produkt, das Ernährungsergänzungsmittel, vorher ausprobieren. Wir sollten es nicht erst an dem Tag zum ersten Mal einnehmen, wenn wir es brauchen, sondern es ein wenig vorher testen, schauen, wie es auf uns wirkt, ob es uns gut bekommt. Und da es dann einnehmen, wenn wir es wirklich brauchen, für unseren physischen Test. Wir sollten das Produkt also vorher ausprobieren. Und welche Gelegenheiten gibt es sonst noch, das Produkt einzunehmen? Zum Beispiel, wenn man eine Reise geplant hat. Wenn wir ein Extra plus an Energie brauchen, uns besonders konzentrieren müssen. Wenn wir wissen, dass wir recht lange Auto fahren müssen. Oder wenn wir eine besonders lange Reise vor uns haben. Wenn wir nach der Reise ein wichtiges Meeting im Rahmen unserer Arbeit haben, zum Beispiel, dann ist es angesagt, das Produkt einzunehmen. In diesem Fall wäre es nach der Reise. Und dann auch im Rahmen unserer Arbeit, wenn wir einen Kongress besuchen und besonders gut in Form sein müssen. Zum Beispiel eine Reise geplant haben und uns mit Menschen anderer Länder treffen oder in ein anderes Land reisen. Dann ist das besonders empfohlen, dieses Produkt einzunehmen. Damit wir ein Plus an Energie und Konzentration bekommen. Ein weiteres zielgerichtetes Produkt ist das Produkt Recall. Wenn unser Nervensystem besonders gut funktionieren soll, unser Gedächtnis, unser Konzentrationsvermögen. Es gibt Zeiten, in denen man ein wenig zerstreut ist und sich wieder sammeln muss. Dann ist dieses Produkt besonders interessant. Im Gegensatz zu Energy Go, dass er eine explosionsartige Wirkung hat, ist dieses Produkt, was konkret einsetzbar ist, hier besonders geeignet. Dieses Produkt hat verschiedene Inhaltsstoffe, Magnesium als Mineral, Pflanzenextrakte, Aminosäuren und den For Life Transferfaktor. Und was Magnesium als Mineral betrifft, hat das Magnesium sehr viele Funktionen. Funktionen, die durch dieses Produkt angestrebt werden sollen. Es wirkt zum Beispiel gegen Müdigkeit. Magnesium ist durch verschiedene wissenschaftliche Studien hier untersucht worden und hat seine Wirkung unter Beweis gestellt im Rahmen des Nervensystems, der Neurotransmissoren, deren Funktionsweise unterstützt wird. Es leistet einen Beitrag zum Funktionieren unseres Nervensystems und wirkt der Ermüdung entgegen. Das wird also positiv beeinflusst. Also die Pflanzenextrakte dieses Produktes für die Konzentration und das Gedächtnis. Einmal Brahmi, das ist ausgerichtet auf unser Gedächtnis. Die Prozesse des Gedächtnisses werden gestärkt, wenn wir uns besonders konzentrieren müssen. Und dann Ginkgo Biloba ist eher auf die Konzentration ausgerichtet. Also Cholin, Cystein, Tyrosin und Glutamin spielen hier eine Rolle. Und natürlich auch unser For Life Transfer Faktor, unsere Formel. Und wie ist das einzunehmen? Wann ist es einzunehmen? Also während konkreter Perioden, wenn wir eine besondere Unterstützung brauchen, wenn wir zum Beispiel uns besonders konzentrieren müssen, wenn wir also eine Auswahlprüfung machen müssen, ein Staatsexamen oder irgendeine Arbeit, wo wir uns besonders stark einbringen müssen oder ein wichtiges Meeting, was wir kurzfristig haben, wo wir also sehr, sehr gut vorbereitet sein müssen, was also, wo also viel für uns auf dem Spiel steht und dann in Zeiten, wo wir besonders gefordert sind, also sowohl mental bei der Arbeit oder im Studium. Jeder von uns hat eine besondere Situation, was sein Studium betrifft oder sein Berufsleben und da bietet sich also hier diese besondere Unterstützung durch dieses Produkt an. Nun kommen wir zum letzten Produkt. Hier haben wir ein Ergänzungsprodukt, das also wie ein Fernrohr funktioniert, wenn wir eine besondere Unterstützung brauchen, wenn wir also besondere Aspekte unserer Gesundheit besonders schützen und pflegen möchten. Da geht es um Vorbeugung. BCV ist das Produkt, das hier angesagt ist. unser Herz-Kreislauf- System wird dadurch besonders unterstützt. Das Herz, die Blutgefäße, die Blutzellen und wie also unser Herz das Blut pumpt, die Blutzellen helfen bei der Blutgerinnung und die Blutgefäße, das sind also die Adern und Äderchen, Venen und Arterien, die also für den Transport des Blutes zuständig sind und die dafür sorgen, dass alles so gut wie möglich fließt. Dieses Produkt hat verschiedene Inhaltsstoffe, die abzielen auf verschiedene Bereiche unseres Herz-Kreislauf- Systemes. Und das hier, hier haben wir also diverse Vitamine und auch Extrakte und sie werden also kombiniert und wir sehen also hier die große Kapazität dieses Produkts. Wir haben also hier diverse Vitamine und B6 und B12, die helfen uns bei der Bildung der roten Glubkörperchen, sie helfen beim Transport des Sauerstoffes und das ist also wichtig für unser Herz-Kreislauf- System. Da wird eine doppelte Funktion erfüllt, einmal das Eisen, was also im Hämoglobin enthalten ist. Hämoglobin ist ein Protein, das den Sauerstoff transportiert, Vitamin C auf der einen Seite, hilft bei der Absorbierung vom Eisen und es hilft uns auch bei der Bildung vom Kollagen, was dafür sorgt, dass die Blutgefäße die richtige Beschaffenheit auch der Kupfer als Mineralstoff spielt eine Rolle beim Transport des Eisens und Vitamin A, was dem Kreislauf hilft, dem Metabolismus, dem Stoffwechsel hilft, seine Funktionen zu erfüllen in unserem Körper. Und dann gibt es weitere Inhaltsstoffe, einige Mineralien und Vitamine, die eine oxidierende Funktion haben. Also hier geht es um die Oxidierung der Zellen, die also zur Alterung unserer Arterien führen. Das führt zur Alterung und Antioxidanzen wie Selen, Vitamin E und Zink helfen uns, die Zellen gegen die Oxidation zu schützen. Zink hilft unserem Metabolismus der Fettsäuren, fehlt beim Stoffwechsel der Fettsäuren. Und ein wichtiger Faktor ist das also für die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems. Wenn uns gewisse Substanzen helfen können, dass dieser Mechanismus adäquat funktioniert, dann ist er uns behilflich, damit unser Herz-Kreislauf-System besser funktioniert. Dann haben wir eine weitere Substanz, Homocystein, was also Risikofaktoren vorbeugt. Dann haben wir auch eine Reihe von Vitaminen A6, B9 und B12, die uns helfen, damit der Stoffwechsel des Homocysteins adäquat erfolgt. Dieses Produkt stärkt also praktisch unser Immunsystem. das Hauptziel ist unser Herz-Kreislauf-System, der Blutkreislauf, aber zusätzlich dank der Vitamine wirkt sich das auch indirekt auf unser Immunsystem aus. Also Selen, Zink, die Vitamine A, B6, B12, C und dann natürlich auch die For Life Transferfaktor Formel unterstützt. Also das Immunsystem umso mehr. Dann gibt es auch noch pflanzliche Extrakte, die in dem Produkt enthalten sind. Viele sind recht bekannt in der Welt der Pflanzen, der traditionellen Pflanzenheilkunde. im Bereich Herz-Kreislauf, also Knoblauch spielt eine wichtige Rolle, was Kalosterin betrifft, den Blutkreislauf und dann Weißdorn und dann Mäusedorn und Ingwer und Japonika Flügelknöterich sind Antioxidantien. Also diese Pflanze hat also Resveratron als Inhaltsstoff und der Ingwer hilft also beim Kreislauf, Blutkreislauf, die also sehr wichtig sind für unser Blut System. Und deswegen ist dieses Produkt also sehr, sehr komplett und das ist also zielgerichtet auf unser Herz-Kreislauf- System. Wann sollte man es einnehmen? Das ist also ein vorbeugendes Produkt. Es hat also zu tun mit Herz-Kreislauf- System. Es wird uns also empfohlen von den entsprechenden spezialisierten Stellen, dass man im Alter von 40, 45 Jahren beginnen sollte, vorzubeugen, dieses Produkt einzunehmen. Weitere Risifaktoren, die also weniger gut sind für unser Herz-Kreislauf- System, also Bluthochdruck, Übergewicht oder Tabak- oder Alkoholkonsum. Und wenn wir also diese Risikofaktoren in unserem Leben haben, dann wäre es also interessant, das Produkt einzunehmen, BCV. Und dann spielt natürlich auch die genetische Veranlagung eine Rolle, die wir von unseren Eltern mitbekommen. Wir sehen also, dass jede Situation, jedes Alter anders ist. Wir haben unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Umstände. Es ist sehr wichtig, dass man sich anpasst, dass man Sport treibt, sich bewegt und zielgerichtete Produkte können uns hier hilfreich sein. Also unsere zielgerichteten Produkte und ja, also wir können also praktisch langfristig planen, wie wenn wir ein Fernrohr benutzen, da können wir Recall einsetzen. Also das sind unsere For-Life Produkte und wir können uns gerne in an später über andere interessante Produkte austauschen. Wir sind oder wir in ein oder das sind und die